Tag zusammen, ihr Gartenhelden. Ja, jetzt ist gleich Weihnachten. Wir wollen ja heute das typische Weihnachtsessen zubereiten. Ganz wenig Zutaten, ganz schnell gemacht, damit Hausfrau, Hausmann oder auch die Kinder schnell fertig sind. Und dazu haben wir uns entschieden für Kartoffelsalat und Röstchenürschen. Okay, dann erzählen wir mal, was wir hier haben. Wir haben Kartoffeln, wir haben Mangosenf von Münchner Kindl, Münchner extra besorgt vom Viktualienmarkt, dann haben wir ein bisschen Brühe, die Siedelwurst, eine Zwiebel, Krause Petersilie und Salatwurke. Etwas Salz, für die Energiesparschütze, den Deckel. Schwenkwasser für Gemütebrühe. Genau. Hochkant nehmen, damit sie schön schneiden ist das Brühwürstchen, bevor wir es brühen. Genau. Jetzt legen wir unser Würstchen einfach da rein. Ja, wunderbar. Wenn es zu heiß ist zum Anpacken, stecken wir einfach eine Gabel rein. Rädel, Scheiben. Unsere Zwiebeln, unsere geriebenen Gurken. Ungefähr zwei kleine Esslöffelchen. Und dadurch, dass die Kartoffeln jetzt warm sind, werden die Brühe aufsaugen. Und es gibt noch einen schönen Sämisalat. Einen Schuss Essig. Und etwas Pflanzenöl. Frisch Petersilie. Dann lass uns doch mal den Heiligen Abend genießen. Auf geht's. Auf geht's. Das ist typisch weiter. Na, Koffelsalat und Würstchen. Mal etwas anders. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf ein schönes Weihnachten. Beste Weihnachten. Auf euch. Frohe Weihnachten. Bis zum Wohl. Bis zum Wohl.